ja hallo und herzlich willkommen zu tag 13 hier auf der insel ohne rettung noch ist nix an rettung keine rettung aber wir sind eigentlich schon gut aufgestellt am material wir können jetzt auch mittlerweile etwas mehr an wasser herstellen läuft alles ganz gut das läuft hier noch nicht das ist leer ist der auch leer ist jetzt auch hier so was noch fehlt ist licht und den dingern aber wir haben ja ganz gut wasser drin ich habe was denn jetzt wo es ist morgens mal gucken was der größere bauhammer kostet und ob wir den die größere axt hier verfeinert das kostet leder eigentlich hier und sei noch stimmt hin Hm? Den haben wir ja hier den, weil, okay, dann brauchen wir die hier oben. Okay, noch, wir brauchen jetzt. Ganz normal, okay, ganz normalen Stock. Okay, das heißt, wir haben drei Stück jetzt. Noch fünf Stück eigentlich machen. Dann müssen wir irgendwie... Einen habe ich noch. Okay. Einen sollte ich nur noch machen. Okay, dann kann ich jetzt hier mit... Die Frage, ob wir... Wir trüben einen großen... Nee, hat man nicht kein großes Tier, ne? Wir brauchen ja irgendwo her, wo wir Leder kriegen. Würde ich sagen, wir fahren mal darüber. Irgendetwas. Da haben wir was. Okay. Ja, passt. Okay. Jetzt haben wir. Mal schauen, ob wir hier... Na, den nehmen wir mal weg. Ich glaube, da ist er immer hängen geblieben. Ich würde besser hier daneben packen. Okay. Okay. Pfeiler haben wir. Ein Stück. Messer haben wir. Speer haben wir auch. Nehmen wir trotzdem mal mit, ne? Okay. Dann machen wir hier unten mal... Nimm ich das rein. Dann machen wir hier den Speer rein und das Wasser. Da hat nur Wasser mit. Nur was zu essen. Ich koche die kleine Seemesser. So. Okay. Drei. Okay. Sind wir auch ready? 12 Tage ready. Ich würde halt gerne das Leder. Und das Leder kriegen wir nur... Okay. Dann fahren wir da hin. Da kriegen wir glaube ich auch Leder raus, aber ich glaube es ist schon sinnvoller, dass wir es so machen. Ich hoffe wir kriegen noch wieder einen Kompass. Lecker, lecker, lecker. Das klappt schon. Das klappt auch ganz gut, glaube ich. Ich hoffe, dass wir hier drüben jetzt ein Schwein erlegen. Dann haben wir gutes Essen und wir haben Leder. Dann können wir uns da mal Gedanken machen, ob wir so eine Gerbe aufstellen. Das klappt schon. Das klappt schon. Das klappt schon. Schaukelt. 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 Steine. Das ist nicht. Brauche ich nicht. das ist ein kleiner hier drüben hingewandt, oder? kann man gleich machen die 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 Guck mal, ob wir es schaffen. Guck mal, ob wir eben die ganzen Dinger hier wollen und die dann natürlich auch. Die ganzen Pfeile und dann verrücken wir weiter. Dann haben wir das auf jeden Fall, was wir wollten. Wir haben jetzt zwei Schweinefleisch und zwei... Also Vera, können wir mitnehmen? Das weiß ich noch nicht. Ich würde jetzt gerne mal... Ein paar Pfeilen brauchen wir auf jeden Fall mehr dann. Und... Und... Biscuit. 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 Dankeschön. Einfach fürs Jagen ist das gut. So ist das da hinten, genau. Achso. Hier haben wir ja schon. Oh, gross. Das Wichtigste war das Leder. Oh, das ist disgusting. Hier ein paar Planken können wir auch noch mitnehmen. Da können wir nicht mitnehmen. Okay. Okay. Da haben wir jetzt noch einen Fallen. Ja, wir fahren noch mal zu der Insel am besten. Aber jetzt. Aber erst mal zurück, würde ich sagen. So. So. Hier. Hier etwa eine gehabt auf jeden Fall. Da können wir noch die Pfeiler reinpassen. Okay. Okay. Und jetzt hier. Okay. So. Okay. 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 Das ist jetzt nicht so gut, oder? ach ja so ist das gleich wieder abend bestimmt jetzt haben wir auf jeden fall jeder jetzt können wir glaube ich auch das können auch schon bauen es hat nicht so fast dieses gerbe teil wo das hei bekommt man auch wieder daher lebe weiter haben wir glaube ich auch seine kisten beschriften können die sonne unter ja nicht die insel und wird er auf mit dem fluss kommen wir gut voran wir müssen mal gucken jetzt und zwar hier muss es sein klar wir können selber dings herstellen einen webstuhl ist auch cool dann brauchen wir nicht stoff aber stoff haben wir jetzt auch genug hier ist das viermal seiler und hier mal holz da dürfen wir alles haben ähm ne ok hier sind gleich groß groß sagen wir machen wir eben den grill an wobei hier muss auch mal das große ding hier das ist leer wir brauchen holz hier 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 hin hier 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 Da waren noch Eiche nebeneinander, oder? Eigentlich. Und dahinter, die sind noch nicht so weit. Okay. Okay. Hm. Das ist nicht, das ist nicht. Da hast du nicht. Das brauchen wir. Drei Stöcker. Ah, den Steinkreis muss ich auch ausmachen. Okay. Okay. Und dann, Radspieß oder Räucherofen. Ich brauche nur noch drei Dinger. Der ist gleich drei. Dann können wir den machen. Sehr schön. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das ist für ja. Und jetzt können wir den Flächer jetzt rein sehen. Oh, 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 oh. Oh. Oh, oh, oh. So, dann kann das jetzt räuchern. Das musst du dann noch hier machen. Das haben wir ja nicht. Den Webstuhl wollte ich jetzt gerne machen. Aber da brauchen wir auch die Dings am besten. Webstuhl, ja. Wegeblock. Okay. Gerberstuhl. Ja, ne, Gerberstuhl war das. Gerberstuhl, nicht Webstuhl. Den machen wir hier oben hin. So, hier hat man jetzt alles mit Leder drin. So, hier sind wir hier oben. Wir brauchen jetzt eine Wegebung. Okay. So, jetzt kommt das Bringdstoff. So, jetzt kommt das Bringdstoff. Also ist das Bringdstoff. So, jetzt kommt das Bringdstoff. So, jetzt geht's durchbring es auf. ein bisschen holz die Kartoffel weg ist sehr schön aber ganz gut vielleicht eine Krabbenfleisch fällt bestimmt auch länger dann essen muss man gleich was ganz gut nach gekocht wahrscheinlich dann geräuchert und das dann gekocht okay müssen auf jeden Fall 1 Uhr 18 weiß es nicht gekocht ist glaube ich noch nicht geräuchert so so Okay. vier stöcke dann können wir hier das sehr schön ich glaube ich brauche das schon mal direkt auf dem plattform dafür brauchen wir den hammer die 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 Spannende Das war's für heute. der laufstieg und hier das wird jetzt dann außen das das heißt hier können schon ja wenn die vier dinge jetzt dann die sie würde ich nämlich gern hier oben draufstellen sehr schön und dann können wir jetzt hier die kiste hinstellen jeder sehr schön und von leder brauchen wir für das bessere wird man eben die bessere und ja war richtig hier brauchen wir noch eine von den eine bessere sehr schön dass wir auch geräuchert gekocht ok das werde ich ne und der andere nicht jetzt noch mal eben weg wahrscheinlich wieder von vorne an deswegen können wir schlafen gehen vielen dank dass er zugeschaut hat wir hören uns wieder wenn ihr mögt bis dahin ich kann noch gar nicht schlafen ist schon morgens trotzdem tschüss